Ich habe gerade ein Video über DNA veröffentlicht und viele sind natürlich mit dem Video nicht so ganz zufrieden beziehungsweise die Leute, die auf meinem Kanal sind und neu sind und vielleicht nicht sich mit meinem Kanal beschäftigt haben denken, dass ich jetzt DNA beleidigt habe, was eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Und ihr wisst ja, dass ich sofort, wenn ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, auf diesen Fehler reagiere und ich auf jeden Fall was dazu sagen möchte. Zuallererst in dieser Situation, wo wir das Video gemacht haben, wussten wir gar nicht, wer Diana überhaupt ist. Wir wussten auch nicht, wer das ist. Das ist für mich einfach alles neu. Deswegen nehme ich diese Situation mit der Kamera auf, weil das ist meine Reaktion dieser Situation. Jetzt ist aber folgendermaßen, ich habe mich jetzt gerade mit diesem Mädchen beschäftigt und ich habe herausgefunden, dass sie ein großartiges Talent ist. Genauso ein Talent wie Neletto. Und ich muss sagen, ich bin einfach perplexed und schockiert, was für ein Talent das ist. Ich selber arbeite in einem Business oder bin in einem Business unterwegs, wo viele Leute einfach mogeln, wenn sie auf die Bühne gehen und performen. Die benutzen sehr viele Geräte, Elektronik, um ihre Stimme zu verbessern. Das heißt, solche Menschen wie Diana oder Neletto hört man in einem Business immer seltener. Und wenn man die hört, dann kann man oftmals gar nicht glauben, dass diese Menschen so eine Stimme haben. Ich muss sagen, ich bin immer noch perplexed. Und wenn jemand denkt, dass ich Diana beleidigt habe, sollte er dann sich mit meinem Kanal beschäftigen. Und er wird verstehen, dass ich der letzte Mensch bin auf diesem Planeten, der irgendjemanden beleidigt. Tschüss.